Hi Leute und willkommen zurück zu Asterigos. Wir machen jetzt hoffentlich mit der Story weiter, indem wir mit Minerva sprechen und ich werde jetzt zur Zeit lang mal mit den Dolchen spielen. Da ich kurz vor dem letzten Part die ganzen Waffen auf Plus 2 gebracht habe, werden wir die jetzt mal ein bisschen benutzen. Und dann vielleicht im nächsten Part dann nochmal eine andere Waffe. Einfach mal so gucken, wie sich die anderen Sachen so spielen. Oh, was ist dein Plan? Weil du... Nein, keine Ahnung. Ich denke, dass Dinge besser werden in dieser Weise. Siehst du nicht? Natürlich! Und ich werde dir deine Hoffnung zurückgeben. Es ist die Nordschwein-Legion. Ich bin froh, dass wir uns Freunde sind. Freunde? Das ist wirklich nicht das, was ich in der Sache hatte. Oh, habe ich nicht verstanden? Nein, du bist richtig. Es ist so, wie du sagst. Also, ich habe es geschafft, zu entdecken die Dokumente, die Marissa zurückgebracht hat. Das ist das größte Verkaufnahme, die wir so weit haben. Ich bin froh, dass wir mit der Krise in Aethysen-Legion in Aethysen-Legion werden können. Aber das wird nur das nächste Mal machen, was wir noch mehr Herausforderungen machen müssen. Ich werde wirklich brauchen deine Hilfe. Du kannst mich aufhören! Also, was ist dein Plan? Für dich das, ich muss erst einmal erzählen dir über Asteragos-Legion. A thousand Jahre in Aethys-Legion und ich mit einem Plan, die all die Ephesien-Legion-Legion-Legion-Legion-Legion-Legion-Legion-Legion-Legion-Legion-Legion. In der Stadt, wir konstruierten ein System von Conduits und gaben allen Resonanten, egal von ihrer Klasse, einen Resonator. Resonators, wie deine Klasse, generieren eine Resonanz mit einem Conduit, die den Nutzen zu genießen, die die Vorteile von der Magie bringt. Aber etwas ist falsch. Mehr und mehr Menschen hat die Magik-Legion-Legion-Legion-Legion-Legion-Legion-Legion-Legion-Legion-Legion-Legion-Legion. Aber das war nichts. kann das directorieren, das für die Magik-Legion-Legion-Legion-Legion-Legion-Legionena-Legion sehen. Ja, das will der andere auch. Ja, ich sag's so, wie ich es jetzt eben verstanden hab, anhand ihrer Reaktion, ist sie unsere Mami, weil der andere hat ja gesagt, unser Anhänger ist von ihr, wir kennen unsere Mutter nicht, wir kennen nur den angeblichen Vater und sie hat jetzt eben sehr, sehr komisch reagiert. Ist sie unsere Mami, hat sie uns weggegeben, damit wir aus der Stadt rausgekommen sind, als sie noch ein Baby war. Das war sehr komisch gerade. Ja, das war's. Ja, das war's. Haben wir nicht schon drei Relikte da hinter ihr stehen? Auf dem Regal. Ja, das war's. Ja, das war's. Ja, das war's. Das war's. Das war's. Ja, das war's. Ja, das war's. 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 So. Oh Nee Die sind immer noch sehr sehr stark Wie halt auch das erste Mal wo wir gegen die gekämpft haben Achso ja Das sind die Dolche und das Spezialding von den Dolchen ist halt Das Das ist ja sehr geil zum Bewegen Da mal guckt man sehr schön sehr schnell voran Lul Noch eins Oder bist du was anderes Naja ist egal Wir können hier nicht schwimmen Das guckt ihr so Das guckt man Was ist das? Wir brauchen mehr Angriffskraft. Lassen wir jetzt hier Stuff aus und rennen an Sachen vorbei? Ich glaube schon. Mit dem Däuschen kann ich das halt. Und die sind echt stark. Oh, hier gibt es jetzt Brocken. Was ist hier? Barad warns you not to harass these people. Ich bin auf den Villagern, wie meine Aufgabe braucht. Bitte pass die Message zu Barad. Wenn er mit mir ist, kann er mit mir sprechen. Ich kann mit mir direkt sprechen. Ich kann mit dir direkt sprechen. Ha! You no longer hold the power you used to, you know. As for the fools who accepted your help, we don't need them anymore. You have half a day to take them away from here, or else. Or else what? Andreas, you pens yourself Serene's guard. Aran is the reason why you're a warrior in the first place, you ungrateful swine! If you're still here after tonight, I'll hit you in the same place again, with my blade! Andreas, are you alright? Yeah, but they almost got one there. Thank you for telling me not to fight back. And it won't kill you to take a punch or two. Just put up with it for now. Put up with what? We really have to leave this time. They mean what they say. Understand? Even those hunters told us to pack our bags. We're not exactly popular around here. Tag, hallo. Okay. 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 Ich habe mich jetzt ein bisschen umgesehen. Wenn man oben noch ein bisschen rumläuft, findet man noch ein paar Ton und so weiter. Ähm, wenn man hier hinten rumläuft, findet man noch so mehrere Gegner, so ein paar Rucksäcke zum Einsammeln. Nochmal, Echos. So ein kleines Mini-Gebiet da hinten. Wir wollen aber hier hin. Hmm. Well? Will Serene come out? Up ahead. Humanities. Who's he talking to? The situation is grave. Serene must meet with me. Did you stress the importance? It's not for me or the Saintis to decide. Did I not make that clear? Andreas has confined her inside with him. Unless he opens the door, we have no contact with them. Preposterous. He is but a guard. How can he dictate how Serene acts? That presumptuous fool. He forgets his place. But the Saintis wouldn't want to see you anyway. You must make Andreas open the gate. It is utterly absurd that I cannot contact her because of him. I am on the brink of success. She must help me. She must witness this. What? Senator, do you understand the situation we're facing? If you really want to see her, then you must first help us get rid of the War Axe. Of course. Just wait. Who's there? Damn it. You again. I told you that I wouldn't be so merciful the next time we met. I assumed you would have heeded my warning. What will it take to make you stop? Until you release your control over the Northwind Legion, there's nothing to say. But now that I've run into you, I do have a question. And what might that be? Why won't you work with Minerva? If we're all working for the good of the city, then there's no need to fight. Is there really no chance? Chance? A chance to sit down and talk. What else? I assume you don't know about my relationship with Minerva. As long as she stays at the shelter, I have no intention of harming her. But she insists on interfering with me. I have known her far longer than you. I know what she wants. But our ideals are very different. I'm tired of wasting my time trying to persuade her. Yet you have the patience to persuade other people. That's right. Perhaps that's the trouble with growing too close to someone. What I saw in the Nexus is beyond your comprehension. Once the Trinity Knight passes, Minerva will understand. And if she doesn't agree? I understand now. You really are a terrible person. I am used to criticism from others. Your words have no effect on me. I do not expect you to understand me or Harold either. But I have never needed the understanding of others. Farewell, child. For your father's sake, I will not tell him how you died here. You know he's my father? Our friendship is far deeper than you think. And your existence makes you more... Docile. Damn you! Don't run! You coward! Ja, hallo. Lass mich doch... Pfff. Pfff. Heh 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 heh. Nö. M-m-m. Lass mich doch nicht mehr so viel 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 Oh, ich glaube, ich weiß, wo wir unsere Blitzkräfte herbekommen. Oh, ich hätte gedacht, wir besiegen den jetzt und er lässt diesen Kristall fallen. All I can say is that I'm here to negotiate and for- I can only speak with the Archon about- Well, that's- but for getting Eumenides off my back, I'll let you in on something. First of all, you might have heard that Centurion Andreas himself is standing guard. Besides Andreas, four Decurions also hold keys. So, do you still want to see the- I need the key. Honestly? My part is hidden in the Pond Academy Building. Go get it. That's it? No terms? It's not like you'll get the keys from the other Decurions anyway. I can't remember exactly where I put it though. I haven't needed it in a long time. Also sie hat ihre Beschützer. I can hardly believe it's finally happening. Andreas, what are you looking at? Nothing. You seem so deeply moved. I'm not going to spoil it. I've grown used to your cynicism. All right. It's beautiful. But all I see is the debt you owe in Petrius. You're right. He helps me build the Academy, but he must have a reason. I may end up becoming a puppet. Or we may both get what we want. I just hope I can still remember this feeling. Right here. Forever. You will. You're the same, Tess. As for you, you must remain by my side. Remind me of this from time to time. Have you no other friends? Unlike you. Okay, and now we're looking for his phone number here. ... Ech, that's right here. ... Die sind doch ganz schön hart. Also ich hoffe mal, dass das jetzt dieser Schlüssel war, den wir suchen sollten. Okay. Hier ist halt das Echo, was man sammeln sollte noch. Die sind wieder mega leicht. Okay. Okay, willst du jetzt gegen mich kämpfen? Halt! Keine Entrance. Hey, du bist ein Outsider. Was ist hier passiert? Das ist nichts von deinem Geschäft. Ich weiß nicht, wie du hierher gekommen bist. Entschuldigung, aber ich wurde hier für St... Du siehst die St... Dann kann ich dich sicher nicht ermöglichen. Also ist sie wirklich hier. Ich habe etwas wichtiges zu diskutieren. Wenn es wirklich so wichtig ist, warum sie einen Outsider senden? Und als für was passiert ist, es ist nichts von einer Frau wie du. Ich bin ein Elite Warrior of Ambari's Northwind Legion. Ich bin keine Frau. An Elite Warrior, huh? Just beat you? Ich sagte... Fine bei mir. Ich bin der Kurian Evangelist von St. Tessereen's Guard, junge Frau. Ich habe dich. Ich werde dich zu sehen. Ich werde dich zu sehen. Schmutz mitzügellt. Und du dich zu sehen. Ich werde dich zu sehen. Du wirst, den St. Tuss- Andreas und sehen, ob er will, dich zu sehen, Serene. Aber er ist nicht einfach zu sprechen. Ich versuche mein Best. Na gut, ich hoffe, dass du dich, insbesondere ich. Es gibt vier Dekurien, die alle einen Schlüssel haben. Wenn du die Schlüssel zurückkriegst und sie zurückkriegst an Andreas, er könnte einfach dir glauben. Also, ich brauche seine Verpflichtung, bevor ich zu sehen, Serene. Das stimmt. Ich entschuldige für das Wettbewerb. Ich versuche die Schlüssel. Ich versuche, dass es eine strange Request ist, aber ich kann nichts anderes denken. Es ist der einzige Weg, den ich mir denken kann, um den Centurion zu verdienen. Mach die Tür auf. Los. Mach die Tür auf. Hey. Also, hier müssen wir dann später her. Okay. Dann machen wir im nächsten Part weiter. Ciao, Leute.